moin ihr lieben ich möchte euch gern hier in unserem sommerhaus mal das video das gartenvideo 2020 erstes halbjahr kommentieren ja das hatte ich mir so vorgenommen ihr habt ja corona technisch an unserem garten gar nicht so teilnehmen können dieses jahr und deswegen das ist ja etliches passiert und ich möchte euch gerne so vieles erklären und auch denjenigen die vielleicht vorhaben ihren doch mehr oder weniger städtischen ziergarten umzuwandeln in einen garten der auch beiträgt zur selbstversorgung und ein wenig in richtung permakultur das will ich mir überhaupt nicht auf die fahne schreiben weil erstens ist das grundstück so in diesem sinne gar nicht so sehr dafür geeignet und da sind reiten so viel auf der welle und sind es gar nicht und deswegen ich möchte nur sagen ich versuche so prinzipien zu übernehmen mein beitrag oder unseren beitrag zu leisten um die diversität der pflanzen insekten und vogelwelt und so weiter ja jedenfalls nicht zu verhindern und im städtischen bereich wahrscheinlich eher zu fördern wo so viele vorgärten jetzt mit steinen gepflastert werden ist das denke ich mir eine ganz ganz wichtige angelegenheit in unserer straße sind ungefähr nah ein fünftel mittlerweile mit betonplatten oder mit kies zugemacht die vorgärten ein ganz ganz trauriges bild wo wir doch heute wirklich 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 jedes grün das der humusschicht und dem leben auf dem grün zuträglich ist fördern müssten und insofern auch mein mein umbau des gartens dass ich von dem ziemlich deutlichen rosengarten der immer noch ist aber doch mehr in richtung ja gemüse obstanbau einfach auch offene blüten die für die bienen und so zugänglich sind das ganze umgestaltet habe ihr werdet sehen dass ich solche elemente wie sonnenfallen das sind kleine steinmauern oder auch größere steinmauern die man so setzt dass die die sonnenwärme hauptsächlich natürlich richtung mittags sonne auffangen sodass sie in der nacht diese wärme an umliegende pflanzen die wärmeliebender sind mediterrane pflanzen und so weiter die im winter auch vielleicht geschützt werden sollten also abgeben kann gewässer haben wir ja eh zwei wir haben hier einmal den innenhof teich der sehr formal ist aber ja trotzdem für ein feuchtes klima sorgt und dann haben wir den wilderen teich im unteren garten der ja auch herberge ist für ganz 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 viele libellen und molche und kröten teichkröten der kleine flusslauf dazu ebenfalls und mittlerweile habe ich ist zwar nicht im sinne der permakultur so maurerbütt im boden zu versenken und mehrere wasserstellen zu bauen aber ich denke wenn ich habe also ich habe sehr viele vögel beobachtet die dort trinken gekommen sind und wahrscheinlich auch andere insofern denke ich mir ist es gar kein schlechtes werk und trägt sicherlich auch zur feuchtigkeit luftfeuchtigkeit im garten bei und vielleicht auch ist es ein unterschlupf für die eine oder andere kröte oder ein frosch oder was auch immer genau ich habe relativ viel mit wir sind ja gerade mit diesem umbau beschäftigt also zwischen zwangsmisch gerät beton mischen und steinereichen habe ich also bin ich dann immer schnell runtergeflitzt im garten habe in dem winter den obstbaum schnitt gemacht habe korrekturen vorgenommen ja und abgesehen davon von all diesen ganzen dingen sind sehr viel ziegelsteine angefallen und diese ziegelsteine habe ich genutzt um hochbeete zu bauen beziehungsweise beete zu umranden und am ende des sommers habe ich jetzt sogar aus allen steinen bis jetzt im unteren gartenteil ein hochbeet gebaut da habe ich auch wiederum mit moniereisen steben und diesen elektro plastikrohren schutzrohren die habe ich darüber gespannt so dass ich dann in sektenschutznetze gegen kohl schädlinge setzen kann und im winter wahrscheinlich dieses beet dann auch mit einer folie die die kälte abhält so ein bisschen für den fürs winter vorrats gemüse nutzen kann ansonsten habe ich gemüse pflanzen überall zwischendurch gesetzt habe relativ viel kompost aufgetragen sehr sehr viel kompost auch weiterhin neu gemacht und der komposter daraus entsteht kann nur gut werden ich möchte gerne in einem kreislauf bleiben ich habe fast alles was ich geschnitten habe was nicht gerade schreckliche unkrautsamen sind wieder in den kreislauf reingebracht das heißt gemulcht und ein paar interessante andere dinge eben halt auch wie zum beispiel die birke von unseren freunden genommen um sie mit pilz infizierten holzdübeln zu versehen mal gucken ob diesen herbst bereits die erste shiitake oder austern pilze oder zitronen limonseitlinge da wachsen ich freue mich schon drauf und ja natürlich solche baumstämme mit bohrungen versehen um den wildbienen oder irgendwelchen anderen insekten einen raum zu geben zum ausbrüten ihrer nachkommen schafft oder ich habe bambusstäbe senkrecht in den maschendrahtzaun gesetzt sodass senkrecht eben halt auch wildbienen sich reinsetzen können ohrkrapplergehäuse mit töpfen tontöpfen und stroh angesetzt und viele viele tränken hingestellt für die vögel ja kaum einen platz übrig gelassen habe relativ viel mit moniereisen für kletter geschichten gearbeitet also für bohnen und so weiter ich habe da noch unsere für unsere stangenbohne bin ich ganz ja da habe ich also auch ein bird mit mit löchern versehen und eine eine baumkrone bin ich nach oben gegangen mal gucken was das wert das ist natürlich ein projekt klar tomaten habe ich recht viele gesetzt und immer mit den tomatenhaken die da bei den besonderen gärtnern im netz auch immer propagiert werden so dass ich sie runter lassen kann und in die höhe wachsen lassen kann da bin ich auch gespannt die haben schon ganz gut angesetzt dank einer ganz 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 lieben freundin ist unser garten auch gut versorgt jetzt in der zeit während wir auf unserer lieblingsinsel sind ich habe wir haben ja gott sei dank den schichten wasser brunnen wo immer das schichten wasser also regenwasser das in die unteren schichten kommt wieder zusammen läuft insofern haben wir da auch einen kreislauf der praktisch immer das wasser wieder das wasser können wir immer wieder nutzen und ja neue obstbäume sind gekommen für sich mirabelle schattenmorelle ich habe neue rhabarberpflanzen gesetzt aber auch die freude wenn man erbsen setzt und man kann erbsen ernten oder dicke bohnen oder das finde ich schon klasse ja nun seid gespannt auf die gartenreise nach von der seerose natürlich nicht hilse kron eine der schönsten weißen rosen die wir haben habt ihr gerade eben die klein war über das ganze dach gesehen aber hilse kron hat mich dieses jahr am meisten mit begeistert ein wunderschöner duft und so üppig ich hatte sie so stark runter geschnitten aber diese zackigen blütenblätter wie sie sich einrollen total schön ja concerto und die gelben rosen vorne die so schön wechseln ins rosé es war sowieso ein rosenjahr voller knospen da seht ihr nochmal die übers dach gehende rose ja wir hatten also tolle ausblicke also an rosen hat es nicht gemangelt die sind immer noch da wie ihr seht aber dazwischen sind eben halt andere pflanzen gesetzt eben halt die auch lebensmittel sind obwohl aus den rosen habe ich auch rosenlikör und rosengelee und rosensirup und rosenzucker gemacht also durchaus auch genutzt damit ich später torten damit trinken kann oder zum kaffeeklatsch anbieten kann ja so hat man den duft des sommers im glas ja mit den schwarzen johannisbären der gleiche farbton vor dem gingko relativ viel blüten die doch auch für die bienen zu zugänglich sind naja klar die dornen überall rankt die kapuziner kräste zwischen die krokusblüten die erinnern natürlich ein bisschen an husam bärlauch schlüsselblume natürlich narzissen die kleine schöne primel die mit dem dunklen rot fasziniert immer so der günsel die taubnessel alles auch essbare blüten das allerdings nicht das ist die unsere kamelie knoblauch rauke auch unseren salaten sumpfdotterblume und das kleider ist eine silberpfennig das ist wieder auch ein goldregen und die schönheit eines löwenzahns ja ackeleien ohne ende wehten bei uns in verschiedensten farben violett rosa weiß und dieser ganze klang von dem allium eier und die bezaubernde apfelblüte und wir haben auch ganz 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 viele äpfel dies jahr ja die insekten freuten sich über den rhododendron über den gingko da kommen schon die kleinen holunderbeeren die iris im flusslauf und das tränende herz das mich mal so ein bisschen an die dänische flacke erinnert okay eine kleine hummel ja ach ja frauenmantel unbedingt und in blüte gegangen salatrauke ja die tolle klimatis und fluss vergisst das ist mein nicht brusch kardinal überall randend randes nach oben madame lecoultre die klimatis ja und die lilien dieses jahr in einem topf weiter oben in einem topf der nicht so schön ist hoch zu klettern also wurden sie von den schicken von den schnecken verschont dieses jahr die taglilien rothensien ganz ganz viele und ganz viel ringelblumen speise chrysanthem ganz ganz lecker im salat und die hummeln waren natürlich in den kornblumen und wie gerade eben zu sehen im boric das ist mädesüß ganz tolles mittel bei erkrankung eine karottenblüte und eine kohlblüte vor der trockenmau und das prickelkraut da haben wir so manchen mit verschreckt das ganze zunge wird gelähmt malven ja mon immer wieder faszinierend auch in seiner ganzen struktur im dunklen noch mal es leuchtet immer ganz besonders schön als wäre da eine lampe ja wir haben mindestens von nach november dezember bis in den märz hinein von wildkräutern gelebt zitronenmelisse und taubnessel und löwenzahn und brennässe und ach da ist aber auch schon asiasalat und der kopfsalat und mangold in der mitte da fängt der frühling dann schon heftig an die dicke bohne kombiniert mit der erbse da wachst wachsen die ersten erdbeeren johannisbeeren unser pilzprojekt und in der mitte ein kürbis und die bohnenranke da seht ihr nachher die augustsituation ja steckzwiebeln ja das bete das bisschen im dunkeln ist mit der zwiebel es ging aber okay asiasalat den werde ich jetzt auch im winter wieder setzen spinat unser gewächshaus schon ziemlich leer nur mit den letzten sachen und den gurken die jetzt mittlerweile schon weit rausgehen die kiwi tomaten bereits am tau karotten im topf habe mit einer pfanne genommen ganz toll geerntet der kohl der palmkohl physalis die noch größer werden muss und der kürbis mal gucken ob die schnecken alle schnappen die tomaten haben richtig toll angesetzt die sowieso die zucchinis da haben wir schon so viele geerntet und eingemacht das ist das herbst winter beet mit china kohl kartoffeln hatte ich in bottichen und da seht ihr die erbsen zwischen den rosen die johannisbeeren das ist eine kleine pepino da haben wir mehrere von naja und die äpfel wie schon in blüte gesehen die haben ordentlich angelegt ja ihr wisst unser garten hat verschiedenste sitzplätze und meine kleinen skulpturen sind dazwischen das haus ist noch nicht ganz fertig das habt ihr gerade immer eine dämmung gesehen aber es wird ja die blicke immer auch von diesen verschiedenen sitzplätzen in den garten hinein da seht ihr ein tiger schnegel das frisst die anderen natschnecken auf genau meine damen die immer das ganze anwesen bevölkern da ja nächtlicher blick ein alter bilderrahmen tut seine funktion reimas schönes steinmuster da ja immer dieser wechsel zwischen licht und schatten finde ich immer persönlich total faszinierend nichts ist schöner als licht kann man auch nur sehen wenn schatten ist dann kann man das licht richtig wahrnehmen meine damen denker porzellanblume der innenhof teig noch mal ein blick vom gerüst runter beim bauen sieht man die steinmauern ein bisschen die ernte gewürzgurke vorgewächstraube unser gartenzaun nach hinten und tschüss das ist ja wunderschönen das Vielen Dank.